War Servus Leute Ähm Mäusen schon wieder hier mit den anderen Vögeln die sich jetzt gleich selbst vorstellen können Und wie ihr seht ich bin wieder Hunter Genauso wie Risch der ist glaub ich auch Hunter Nein der ist Prop, Ok, dann werde ich den jetzt mal dafür haben Und wir spielen heute wieder ein bisschen Prop Hunt So los geht's Band 1337 oder nicht? Hallo, ich bin Kevin und ich nasche gerne kleine Mädchen. Also wie schon gesagt, der gute Kevin ist auch dabei. Ja Kevin, das ist schlau. Das ist ja unorthodox die Taktik, oder? Ja, vor allem wie viel Leben das gerade abgezogen hat. Ah! Was? Wo ist die Flasche hin? Nein! Äh, die Lampe meine ich. Ich hasse diese Map, diese größe Scheiß Map, die es gibt. Das ist ja eben das Lustige. Nee, ich konnte mich als Bett nicht mehr in das Baby verwandeln. Dann war ich die Flasche und dann hab ich eine andere Flasche an mir dran gehabt und das sah sehr offensichtlich aus, deswegen bin ich dann bestanden. So, ich brauch Bier und ich müsse mal aufs Klo. Ja. Er braucht Bier. Gib ihm sein Bier. Besser ist das und wer spießt dich. Lasset den goldenen Lebenssaft fließen. So, was und wo bist du? Warte mal, was gab's denn hier noch so für Sp... Es gab hier einige gemeine Spots auf dieser Map, wenn man sie kennt. Super gemacht Flo. Guck mal, ich hab den Piep, Alter. Hä? Ich hab... Fuck! Wo ist er hin? Da! Da! Bei den Autos! Ach, ne! Jawolli! 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 Ich verstehe immer nur Hodor, ich geh jetzt mal pissen und Bier holen. Viel Spaß! Ja toll, bin ich jetzt alleine oder was? Bei mir ist rangezoomt. Das ist scheiße! Nein, ich wollte kein Tisch sein! Ich wollte doch kein Tisch sein! Ich wollte doch kein Tisch sein! Ich stacke! Ich will auch kein Stuhl sein! Kann man einer aufhören, die Flaschen kaputt zu machen? Hey! Ich bin jetzt ein Stuhl! Jetzt bin ich schon wieder Tisch! Ihr habt alle Flaschen kaputt gemacht! Ich bleib jetzt so! Mit dem Tisch komm ich nicht durch die Tür und ich kann kein Stuhl mehr werden! Nein! Jetzt bin ich ein Küffer! Nein! Ach, leck mich doch! What? Ich bin einfach gestorben! Was denn ab? Die Welt hat mich erschlagen! Das wollte ich nie sein! Daddy is back! Daddy is back! Das Problem ist, mein Bier ist vom Tisch gefallen. Ich glaub, das sollte ich nicht gefallen. Ich würde mich nicht aufpacken. Moment! Penis, 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 Penis! Wenn du nimmst, wirst du, was ich denke? Jetzt muss er sich grad neu sollen. Penis, Penis, Penis! Weißer! Kein Penis? Doch ein Penis? Ah! Toll, ich bin auf die Leertaste gekommen! Und dann? Habe ich die ganze Zeit geschossen! Warum schießt du auf der Leertaste? Ja, gerne! Das ist eine gute Frage! Ich weiß es nicht! Ist schon jemand gestorben? Ja! Mich hat die Welt erschlagen! Guckst du mir gerade zu? Ich find's zu geil irgendwie! Wo unseren Zuschauern näher bringen! Ist geil, oder? Ist geil, oder? Ja, ist geil! Wir würden uns über ein Abonnement, beziehungsweise über ein Gefällt mir oder Kommentare freuen. Und falls ihr mal Interesse habt mit uns zu spielen, auch dies ist möglich! Willst euch! Ohohohohohoat, auch outro Reck analog, dann messen euch einfach bei RISC oder bei Mäusen... Wenn Sie heute ein Abonnement für Mäusen-LP abschließen, bekommen Sie nicht nur das Abonnement von Mäusen-LP, sondern gratis dazu noch ein Abonnement von Lysk-LP und ein Abonnement von Raketen-Crew-Gewehr dazu. Und wenn Sie innerhalb von 24 Stunden bestellen, dann besucht Sie der freundliche Lemur von nebenan nackt und versöhnlich. Oh Gott, nein. Das ist doch kein Mensch. Und wenn Sie innerhalb von 24 Stunden bestellen, erhalten Sie zwei Kaffeetassen gratis dazu. Fragen wir doch einige von uns, sind überzeugt. Nein, 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 warte, warte, warte. Eine von diesen Kaffeetassen ist angelenkt und Sie müssen herausfinden, welche unten kommt es. Nein, 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 du musst sagen, wenn Sie innerhalb von 24 Stunden bestellen, bekommen Sie zwei Kaffeetassen gratis zum Preis von 5 Euro dazu. Sie sind immer noch nicht überzeugt? Fragen Sie einige unserer begeisterten Kunden. Ja, also, ja, ich bin Kevin, 30 in 37, und ich mag Mäusen-LP und Riss-LP total gerne. Mäusen-LP hat mein Leben ruiniert. Ähm, um das mal kurz hier, könnte mal bitte der Prop taunten? Mäusen-LP hat mich geunfert. Ich habe schon die ganze Zeit getaunt. Nein, nein, ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Ich möchte was anderes werden. Ich möchte was anderes werden. Ich möchte, ich funktioniert nichts mehr. Ich komme nicht hier raus. Jan, guck mal, da irgendwann stimmt mir die Kühlschränke nicht. Ich komme nicht mehr hier raus. Also, war das doch der Richtige. Wie einfach nur stirbt dabei. G-G. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Voll unfair. Jan, ich verfolge jetzt mal eine ganz miese Taktik. Warum? So eine richtige Hodor-Taktik. Hodor? Er macht einen aufs Altberg, rennt hier rum. Du trägst einen kleinen Jungen auf deinem Rücken, die gifft durch die Gegend? Ja. Das klingt auffällig. Das war meine Idee. Ich hoffe, man kann Happy Wheels irgendwann mal zu zweit spielen oder so Multiplayer-Modus. Happy Wheels Coop. Das wäre geil. Einer ist der Vater, der andere muss das kleine Kind sein. ich wollte mich gerade glaub ich in den Prop verwandeln nur anstattet Flo hör auf das sieht komisch aus ich steche in deinen Boden oh ja oh oh ja oh oh nein was ist immer zufrieden ich kann mich nicht mehr wehren Doppelkill Doppelkill Geil Schnelle Runde war richtig schön hier wollt ihr einen Map-Change machen und ich würd sagen die Folge ist schon rum oder? nein wir haben noch 2,5 Minuten haben wir noch eine Runde geht der möchte einen Map-Change machen wir schließen die Folge jetzt hier weil sonst Map-Change dann war das das für dieses Mal MäusenLP meint abonnieren, kommentieren, masturbieren Onanien, pettizieren und immer Finger weg von Druck wir sehen uns bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Ecih 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 Hi Ecih 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 Ich merke mich, dass ich nicht so... Oh, hey, hör! Häh! Waaah! Ich bin kein Traitor gewesen.